Ich hab schon von Saddam Hussein geträumt, Mohammed dem Sechsten. Nur arabische Diktatoren. Und jetzt? Ich begreif's nicht. Warum jetzt Putin? Ich will hier arbeiten. Arbeiten? Hier gibt's keine Arbeit. Ich eröffne eine Praxis auf dem Dach. Eine Praxis für Psychoanalyse bei uns in Tunis? Sieh dir doch den hyperneurotischen Haufen hier im Salon an. Mit mir wirst du Millionär. Du kannst keine Verrückten ins Haus lassen. Ich empfange Patienten bei mir. Die Leute in diesem Land sind gläubig. So was Schwachsinniges wie ein Psycho-Doktor brauchen wir hier nicht. Was ist denn da los? Bleiben wir abgehört. Guten Abend. Dürfte ich mal Ihre Genehmigung sehen? Mein Antrag, glauben Sie, der geht durch? Inshallah. Sagen Sie es mir, ja oder nein? Ich sag doch Inshallah. Warum bist du wieder hier? Alle träumen davon, abhauen zu können und du? Stimmt es, dass sie Männer empfangen? Männer und Frauen. Hier steht auch noch, dass sie das Wort, ähm, Sex vor Frauen und älteren Menschen verwenden. Sex-Gefängnis. Ziehen Sie sich an und gehen Sie nach Hause. Ich kann auch die Polizei rufen, wenn Sie wollen. Mein Missverständnis, man hat mir von einer Französin erzählt und von einer Couch. Garantieren Sie mir, dass ich im Leben nie wieder Probleme haben werde? Wer auch sie im Leben well, dass sie mit der attendanten Menschen werfen. Er hat sich im Leben mindert. Wie war es schließlich. Wie war es dir? Wie war es für Ihreiar detẹern? Hör ich Ihnen inboxen? Wie war es dir?